Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und zwar seht ihr das sofort an dem Verpackungsdesign. Heute haben wir mal wieder ein Set von Keyplay bei Q-Man. Das Mini Shangjin Pavillon Palasttheater Pagode. Bei Keyplay hat es die Teilnummer K10117. Das Verpackungsdesign kennt ihr wie gesagt eigentlich alle. Wir haben hinten nur nochmal die Maße drauf stehen. Und zwar wird dieses Set am Ende 84 mm breit. 80 mm tief und 125 mm hoch. Ist also kein Riesenbauwerk, aber das kann man für den Preis von 18 Euro natürlich auch nicht erwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob ich mit diesem Set wieder mehr Spaß habe. Und um das rauszufinden, müssen wir es natürlich wieder zusammenbauen. Und deshalb mache ich das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Teidetüten und die Anleitung an. Wie wir das ja schon von Keyplay gewohnt sind, ist wieder diese kleine Karte hier dabei. Dann haben wir natürlich die Teidetüten und darin versteckt sich noch die Anleitung. Wir haben insgesamt zwei Bauabschnitte. Unterteilt in diese zwei Bauabschnittstüten hier. Über die Teilequalität reden hier, wie immer, wenn wir es auch gebaut haben. Und dann haben wir natürlich wieder die Anleitung. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr mir dieses Design gefällt. Ich bin einfach ein großer Fan. Die Anleitung ist wieder klammergebunden. Und wenn wir das Ganze mal aufmachen, sehen wir, dass wieder verblasst dargestellt wird, was schon gebaut wurde. Und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Meiner Meinung nach der beste Kompromiss zwischen komplett ausgrauen oder eben alles in Vollfarbe lassen. Und insgesamt haben wir 23 Seiten, auf denen gebaut wird und 35 Bauschritte. Eine Teileliste haben wir wieder nicht. Sind wir ja auch schon gewohnt von Keyplay. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich zusammen nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und das erste Mal sehen wir uns wieder nach 23 Bauschritte. Und damit nach dem ersten Bauabschnitt und der ersten Bauabschnittstüte. Wir haben bisher den Frontbereich gebaut, natürlich auch die Seiten und den hinteren Teil. Der hintere Teil wird nicht besonders schick, dadurch, dass wir den nicht aus Bricks bauen, sondern aus solchen Paneelen. Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Ein Haus steht ja meistens mit der Rückwand verdeckt. Aber wenn man sich natürlich in diesem Maßstab hier eine kleinere Stadt bauen will, die frei steht, stört einen das natürlich trotzdem. So was ist schade, weil sonst sehr auf Details geachtet wurde. Wir haben hier drin auch Einrichtungen. Wir haben hier wirklich schöne Verzierungen und diese drei wirklich wunderschönen Prints. Ebenfalls gefallen mir diese roten Details so gut. Sie sollen ja von der Optik freistehend sein. Die Teile hinten sind Transclear. Das sind diese Transclear Baurichtungsumkehrer. Davon gibt es super viele in dem Set. Denn wir haben hier welche, hier welche und auch hier unten jeweils immer welche. Und auch diese Transclear Teile haben eine super Qualität. Ansonsten haben wir schon mit der zweiten Etage angefangen. Auch hier kann man schon ein wenig in eine Richtung erahnen. Die Steinequalität ist richtig, richtig gut. Einmal von der Farbtreue, vom Aussehen. Kaum Kratzer oder ähnliches. Und wir haben auch ein tolles Baugefühl und eine richtig, richtig gute Klemmkraft. Also hier fällt nie wieder was ab. Ich hoffe natürlich, dass das so weitergeht und dass wir noch viele tolle Sachen hier entdecken. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir doch den zweiten Bauabschnitt an. Und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Set wieder und mit dem Fazit zum Set. Und da sind wir doch auch schon fertig. Und ich muss sagen, der Bau war wirklich, wirklich kurzweilig. Die Anleitung war super einfach, sehr verständlich. Und auch die Steinequalität ist wirklich top. Auch die ganze Konstruktion und das Aussehen gefällt mir wirklich gut. Wir haben ja so ein dreistöckiges Gebäude hier. Und ich finde, es sieht wirklich, wirklich stimmig aus, wenn man es von seiner Schokoladenseite betrachtet. Denn von hinten gibt es so ein paar Kritikpunkte. Einmal finde ich, die Paneele hier sehen nicht wirklich schön aus. Wie gesagt, cooler wäre es natürlich, die wären auch aus Bricks gebaut. Aber einfache Lösung wäre natürlich gewesen, die zu drehen, weil hier von inne wäre das gar nicht störend aufgefallen. Man hätte das eigentlich gar nicht gesehen. Und von hinten sieht es eben nicht schön aus. Da wäre es natürlich schöner, wenn wir die gedreht haben und haben dann die glatte Seite nach hinten. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr das selber baut, das dann so zu bauen, dass ihr die Paneele dreht. Ich wollte es jetzt eben mal nach Anleitung bauen, weil ich mich in Reviews generell doch eher an die Anleitung halten möchte. Und eine weitere Sache, die ich nicht so schön finde. Und wir haben hier wirklich immer einen schönen Abschluss. Auf der Rückseite verbauen wir die dann auf einmal nicht. Das hat natürlich auch wieder den Grund, dass wenn wir das an die Wand stellen, es mit den Teilen nicht funktionieren würde. Aber da bin ich doch der Meinung, dann legt doch die Teile bei. Für Leute, die es freistellen lassen wollen, die können dann hier die vier Teile ranbauen. Und für Leute, die es eben an die Wand schieben, die können die vier Teile weglassen. Aber so sieht es ein bisschen unstimmig aus. Und gerade, wie gesagt, wenn es frei steht, ist das sehr schade. Das ist mir ein bisschen unverständlich, warum man das dann alles hier schön macht und hier dann nicht die Option gibt, es eben wirklich vollständig zu bauen und es dann so unfertig aussehen lässt. Was aber wirklich cool ist, sind natürlich die Prints. Ihr habt sie hier schon gesehen. Die passen perfekt. Ihr habt diese Prints gesehen. Sehr, sehr hübsch. Auch wurden die hier nicht recycelt, sondern es sind immer neue Prints. Und auch hier oben haben wir zwei tolle Prints, eben jeweils pro Seite. Die Prints oben werden zusammengebaut, bedruckt und dann auch geliefert. Und die sitzen jeweils auf einer 1x4er Plate. Diese wird aber im Bau einer anderen Stelle gebraucht, deshalb muss man sie auseinandernehmen. Aber auch das wird in der Anleitung super erklärt. Da gibt es überhaupt keine Missverständnisse. Und so bekommt man dann dieses tolle Druckergebnis, wo wirklich zwischen den Steinen einfach kein Versatz ist. Und damit haben wir hier wirklich ein schönes Set. Auch wenn vom Maßstab hier die meisten wahrscheinlich keine große Verwendung haben werden. Sonst ist es als Deko wirklich, wirklich gelungen. Und der einzige Kritikpunkt an dem Aufbau ist wirklich, dass es eben von hinten unfertig wirkt. Cool ist auch noch, wir haben einige Ersatzteile. Besonders schön finde ich dabei diese Baurichtungsumkehrer und Transclear. Da haben wir insgesamt drei Teile davon. Wir haben jeweils zwei von diesen Teilen. Wir haben zwei von den roten Gitterfliesen. Und eben noch ein bisschen Kleinkram. Da muss ich aber auch wieder sagen, ich hätte lieber von den Teilen ein paar weniger. Und dafür dann vier von diesen hier mehr, um es eben von hinten fertig zu bauen. Wenn ich es möchte. Und als letztes im Lieferumfang ist noch dieses Sammelfeature. Das kann man mit anderen Teilen zusammenstecken, die in anderen Sets enthalten sind. Und am Ende soll das einen Lageplan von der verbotenen Stadt ergeben. Das ist eben sowas, wo man alle kaufen muss, um es fertig zu haben. Finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Ich habe dafür keine große Verwendung, weil ich nicht vorhabe, alle Sets hiervon zu kaufen. Aber es ist natürlich eine gute Marketingoption. Gerade für Leute, die jetzt dafür eine Verwendung hätten. Ich glaube, ich hätte auch für den fertigen Lageplan nicht so eine wirkliche Verwendung. Also für Leute, die das hier als Deko, als Einzelset cool finden und sich hinstellen würden, ist das auf jeden Fall eine Option. Das Set kostet 17 bis 18 Euro. Das ist ein fairer Preis. Man kann es im Sale teilweise sogar noch ein Stückchen günstiger bekommen. Ich selbst habe es im Sale für 10 Euro gekauft. Und dann kann man hier überhaupt nichts falsch machen. Für 17 muss es einem wirklich dann so als einzelnes Set gefallen. Weil es eben in die meisten Städte nicht zu integrieren ist. Trotzdem gibt es hier von mir, wenn ihr mit dem Einzelset was anfangen könnt, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo-Daumen in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben und ein Abo-Daumen nach oben und ein Abo-Daumen nach oben.